Der Ausgleich war nur 50 Sekunden später und dieser war mehr als nur kurios. Mega Missverständnis zwischen Borga und Eger. Chaos total bei St. Pauli. Löwe bedankt sich. 1 zu 1 gleichzeitig auch Halbzeitstand. Abschnitt 2, 61. Spielminute. Kuhn aus der Distanz. Borga mit der Faustabwehr genau vor die Füße von Alexander Löwe. 2 zu 1 Paderborn. Nur 5 Minuten später. Es war kein guter Tag für Patrick Borga. Freistoß Erwin Kuhn. Borga zu weit vor seinem Kasten. Erneut zappelt das Netz. 3 zu 1 für die Ostwestfalen. Treffer Nummer 4 für den SCP. Minute 77. Foul von Morena an Schüßler. Kuhn verwandelt den Vollelfmeter sicher. Paderborn St. Pauli. 4 zu 1.